Ich bin ganz schön schnell gespielt. Oh, okay, da kannst du... Ach, ja. Nimmst du dein Ausweicht-Token? Wir sind beim Astis. Genau. Du hast nur Astis, ne? Ich hab Trommelforte noch dabei, das schon gesehen. Okay. Und mit dem Glück viel Spaß. Wehder ist englisch für Vater. Wehder bedeutet niederländisch für Vater. Ich kann mich länger gehen und du stellst für mich die Räder ein. Ja. 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 Das ist eine kurze Frage. Wedge und 3x3. Nehmen wir uns weg, oder nicht? Bitte was? Wedge und Teddy, 4x3. Nehmen wir uns weg, oder nicht? Ja. 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 Okay. Das ist okay für dich. Den Imperator lege ich immer so daneben, damit ich weiß, ob ich ihn benutzt habe, oder nicht. Ja, ja. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Das passt gar nicht mehr. Das Schiff hat keine Geflüge. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, ja. Ja, hä? Bei mir oder sie? Und auch die Lufs hat Apollo, hä? Und Star Wars. Oh, mach mal mal. Ich hab mir die Idee, was du gesagt hast. Oh, am. Du hast die Initiative gemacht. Wir haben uns jetzt alle Mann unter Sanktion. Natürlich auch wieder. Hast du gebrochen? Wir spielen. Rüster Bomber, ja. Ich kann das 75 Minuten überwinden. Ja, ich misch immer. Du kannst meine mischen, nicht deine. Wenn du mal drei Volk anzieht, dann hat man... Fokussiert. Kein Beschiss. Ja, ja. Das ist der Baron. Der Baron. Der Baron. Der Baron. Der Baron. Oh, der Baron. Du legst schon wieder vor. Ja. Das ist sehr toll. Das weiß man nicht, was wirklich viel ist. Du musst das eurem Schwarz-Denken her. Ja, die�en. Klappt. Bis durch. Ja. So, ich mache eine Zielerfassung auf den hier. Luke. Ist ja klar, Luke, wer sonst, was auch ich meine. So, ich bin dran mit meinem Wamper. Ich weiß, was gefährlich ist. Ich weiß, was gefährlich ist. Ich bin dran mit meinem. Ich bin dran mit meinem. Ich bin dran mit meinem. Das ist der Grund, was er kann. Ich bin dran mit meinem. Ich bin dran mit meinem. Ich bin dran mit meinem. Dann schießt das Natum auf. Ich bin dran mit meinem. 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 Predator? Ich habe gerade meine Gummis drunter. Ja, ich noch nicht, muss ich auch machen. Warum Predator? Ich habe die Fähigkeit hier Autofocus. Blöd, ist egal. Dann schieß mal. Du musst auf Bix. Reichweite 2. Und ich lege nach. Reichweite 2. Ein Fokus ganz umdrehen. Genau, und ich mache Jagdinstinkt. Jagdinstinkt ist Predator. Okay. 3 Schaden. Okay. Ich wader den. Ich wader den. Ich setze die Fähigkeiten. Mein Shuttle? Oder nur wenn ich sie nicht schalte? Das ist ein Reichweite 3. Nee, ich kann doch gar nicht auf Bix schießen. Außer beim Aussie kann ich ja nicht auf Bix schießen. Ich kann nur auf Bix schießen. Ja, ich muss dich auch schon feststellen. Was versuchst du da? Ja. Ob ich Bix treffe oder nicht. Ja. Reichweite 3. 2, oder? Mit der Arche. Ja. Ja. Ich glaub dir. Reichweite. Reichweite 2. Ja, aber die Arche setzen länger, ne? Der Arche setzt länger weg als die Ecke. Ja, du musst vom Arche an lang. Guck mal, dann treffe ich ja doch gar nicht. Siehst du? Reichweite 3, ne? Ja. Einverstanden? Ja. Ich kann zusätzlich fähig Aktionen ausführen und bekomm das für den Fressen. Und ich nehm den... Papa. Papa. Jetzt hab kein Fokus. Zwei Schäle. Jetzt und jetzt. Ey. Er ist ein Pilotenwert. Zero. Ich würde vielleicht doch nicht direkt in hier reinfliegen. Ich roll dann einmal hier noch. Das war mir dann doch... Ich muss mich ja da nicht direkt in alles stoppen, ne? Ja. Ja, mit Taminen gern. Das mag ich auch. Aber... Ja, richtig. So. Nächste. Ja. Nächste. Ja. Okay. Dann fällt nicht aber schnell. Das stimmt. Dann darf geschossen werden. Die Initiative hat. Was kann keinen Schuss. Dann... Ich würde den einen der Banks von meiner Richtung nehmen. Das ist dann da. Müssen wir gucken, ob es drin ist. Ich glaube nicht. Ja. Ups. Da geht nichts. Da hast du vorbei, Ecke auf Ecke. Ich habe jetzt vergessen. Es ist egal. Ich konnte eigentlich ein Kritt durchgeben nach ihm da. Ja. Also ich nehme mir die Ausweichmarker. Für einen Hitz. Das ist okay. Machen. Ja. Aber er möchte über einen Astro. Ja. Also... Wir sehen die Macht. Na ja auch. Okay. Ja auch nicht immer. Ja. 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 Die. Ja. Ja. Wie ist das denn? Ja. 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 Hier ist es so süß, dass du es auch nicht machst. Hoop! Freund, der war nicht mal. Ja, neuer Brüben. Das ist ja nur der letzte Moment, dass er reingerutscht. Ja, das ist scheiße. Ja, ja, das ist gut. Ich hab ja Barum, das ist ein Schade, da habe ich den meisten. Reicht erst jetzt ein Schiffchen, jedes... Also außen ist es ein Schiffchen. Ja, es ist ein Schiffchen. Auf jeden Fall diese, wie heißt das... Er kann eben machen. Das passt ganz, ganz gut. Kein Schaden verursacht, zwei Schaden bekommen. Nicht zuerst, ne? Ja. So geht's. So geht's. So geht's. Dann müssen wir noch mal beide Augen zudrücken. Das passt zurück. Ähm... Läuft... Hast du die Schaden genommen von Weedach? Ja, guck, ich hab zwei Schäle. Jetzt haben wir drückmalen. Mach alle Ziele, äh... Zielepasse. Ja. Da schließlich... Da schließlich... ... war ich... ... früher aus, ne? Ja, jetzt der Denker. Und dann hat den jetzt schön weg, mein Deckbrot. So, jetzt mein Kollege Sund hier. Ne, dein Kollege Sund hier. Dein Kollege Sund hier. Dein Kollege Sund hier. Und jetzt... Korrekt. Ja, zum Park. Ja, nehme ich den. Das sind zwei Schildende. So, und jetzt mal ein Sontier. Das dürfte schon drei sein, denke ich mal. Ja, das ist schon drei. Guck mal, ich habe meinen Fokus. Guck, dass man einen hat, ne? Naja. Jetzt auch gerne. Ja, das wird knapp. Ja, das wird knapp. Ja, das ist richtig. So, und jetzt noch mein Schatten. Oh, das wird ein Stress-Token. Das ist auch ein 3. Zubein haben? Ja. Oh, da hier legt er. Ja. Der hat Stress, der hat Scherz. Der reinlose. Da ist ein Wedge. Das ist ein Wedge. Ich habe kein anderes Ziel, außer der Decimator. Ja. Ich schieße auf 3, 2, 3. Mit Asteroid, du hast nur einen Verteidigungswürfel. Ich glaube, die ist eins. Jawohl. Okay. Dreh da doch. Zwei, ne? Zwei, ne? Zwei, ne? So, warte mal. Warum? Da ist ein Würfel. Ah, das ist recht. Ja, ich schieße durch den Asteroid. Stimmt. Oh, hast du den Schaden eigentlich gewürfelt hierfür? Ja, jetzt schon. Gut. Auf Wix, ne? Jo. So, Reichweite 3. Ziele. Ziele erfassen? Ja, ja. Three data, meine ich. Ja, okay. Ja, ja. Fokus von Kalkan. Zwei. Dann ist der hier stehen. Das ist das. Dann... Eins. Und zwei. Aber ich schieße dem raus, um eins zu blockieren. Okay. Dann werde ich den. Ja. Ja. Der ist ja gut. Der ist ja gut. Und dann bin ich gestressen und pushe die Linde. Das ist ja gut. Mein Shuttle, ne? Ja. Das mache ich so. Durch meine Funktionen. Er geht gegen Kallus. Er geht gegen den. Er geht gegen dich verteidige. Natürlich auf Luke. Klaas. Ja. Shuttle auf Luke. Ich habe vier Würfel. Durch und mehr. Über den Scherz. Schwerer. Durch. Durch das Trümmerfeld, ja. Durch das Trümmerfeld, ja. Ich weiß. Ich hatte... Ich hatte... Das war nur auf... ... äh... ... äh... ... ein bisschen Scherz. Ich habe schon mal... ... äh... ... äh... ... äh... ... so... Ich nehme die... ... ziehterfassung... ... sehe ich nicht mehr nach... ... durch die Funktionen... ... und ich nehme... ... äh... ... Imperator. Genau. Das war wirklich... ... Miromage... ... auf... ... die Hellstar-Pred-Karte. Ein Scherz. Ein Scherz. Wichtigster Wurf. Ein Scherz. Ein Scherz. Ja. Das ist wichtig. Das ist... ... leider... Man stellt es eben... ... fest... ... dass ich... ... entscheidende Miromage. Ja. Auf jeden Fall. Ein Scherz. Ein Scherz. Warte mal kurz. Dann... Ich darf ein Auge... ... und ein Griff drinnen. Ja, ich bin... Ja, genau. Ja, zuerst. Okay. Darf nicht schießen diese Runde. Ja. Zwei Damo. Ich habe den Schuss... ... Verbotsmater... ... um die Leute nicht verbrauchen. Ja. Ich habe aber... Ja. Ja. Ja, das. Ja, das. Ja. Ich darf schießen, genau. Versuch es doch mal mit... Ich schieße auf den Z95... ... weil da muss ich nicht... ... durch den Asti. Genau. Ja. Viel Schuss. Deswegen... ... du siehst... ... nicht passen hier. Ja, ja. Deswegen... ... ich halte gerne mal mit der Zwei. Dann sehe ich es... ... das Schiff nicht bewegen. Du hast auch nur... ... zwei oder fünf. Das ist eine Sekundärwaffe. Das ist so schön. Das ist ein Protonentrumpf. 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 Das ist ein Mensch. Ich weiß, das größte Gefahr ist ihm. Gehen da ein Stück. Aber ja, es ist nur ein Mann entwandern, ne? Nein. Nein. Dann kann er nicht zwei tragen. Oder ich kann die Punkte nicht... ... um noch einen Zweiten mitnehmen. So. Dann ich zuerst... Alles. Ja. Du hast recht. Ich mache so ein... ... Stress weit. Ja, das... Ja, das... Ich mache jetzt mal ein... Ja, okay. Ja, natürlich. Wir stehen bleiben auf einem Ausdruck. Nix. Nix. Das verstehe ich nicht. Ich mache den... Ich mache den... ... einmal... Ja, ja. Ja, das ist auch okay. Wir haben jetzt auch den Vorrat. Ja, und durch den Topperkontakt. Genau. Das hast du? Ja. Okay. Das machen wir jetzt. Ja, ja. Das ist okay. Sein Auge fiegt auch nicht. Also fang ich mal mit dem Kutten aus. Ich meine, ich gehe nach vorne. Und ich alle Treffer, die man wirklich haben. Hier hat mich... Ja, muss du erst. Wo ist der hin? Ja. Ja. Nice try. Nice try. One, three. So. Dann drehen wir mal. Ja. Und äh... Ach, du drehst ab. Das... Ich muss schädt, weil... Man ist halt so... Du hättest gedacht, du machst ne... ...ne Wende. Nein. Da fehlt noch ein Fokus. Ich muss hier direkt drehen. Ach nee, du hustet. Ja, sorry. Ich fehlt kein Fokus. Genau. Ja, genau. Den hab ich nicht mitgenommen. Ja, ich hatte drei mehr heben müssen, aber egal. Ja. Ja, eins, zwei, sechs... Ich bewege mich wie der letzte Mungo heute. Also... Mungo. Ja. Mungo. 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 Zwei ab. Man muss da rein... Ne, das ist ja... ...nann? Das ist ja irgend kaleises und hier gerade mit 11 unterwegs. Öhh, ja. Ich glaub, da hast du es.. Also, ihr machen uns ja gerne mit dem. Das habe ich halt immer fest Kaschen. Ja. Erst Nos ruin's sagen ob Welcome times. Und zwar in Reichweite... Eins, zwei. Ja? Einer von den interceptor. Und den Haust den einzel aus ... Genau. Und das ist ja weg. Hier ist, seit vielen viele sociologie gespart. Na, das hat sich den hier. Genau. Und mit Palmetin auch? Also mit Palmetin. Genau. Wofür schieben wir? Zwei, dreifach. Ja, das ist doch sehr sympathisch. Ja, wir sind hier. Wir schießen vor. Der Luke hat ein Schilmlediger. Recht zu folgen. Aber ich schieße auf den. So, erstmal er hier mit vier Würfel. Sehr sympathisch. Sehr sympathisch. Und den drehe ich auch wegen Chirano auf einen Kred. Habe ich so gehört, dass man was tut? Nein. Die zwei, ne? Du kriegst noch zwei Kred. Das ist leider kein Schilmlediger. Null. Drei. Genau, das sehe ich. Du hast meine Nummer, aber mit den nächsten, genau. Darf ich einzeln? Kannst du den noch verschwenden? Und einen langen Fokus nicht. Gut, ich lädere den. Quatsch. Halt, halt, halt. Halt, halt. Entschuldigung. So, Shuttle. Ich glaube, der konnte noch drauf. Reichweite eins. Wo ist der Fokus? Wo ist der Fokus? Ja, aber ich nehme den Imperator nur, weil der es kann. Jetzt geht der Luft mit dir. Okay. Du hast ausgeweichen. Ausgeweichen. Fähigkeit. Und, jetzt plus der Druide, gehe ich eigentlich hier zurück. Warum? Ich gebe den Fokus aus. Gute Idee. Gute Idee. Aus diesem Druide, der harmonisiert gut mit Po und mit Luke. Da vorne, glaube ich. Ja, ja, wir müssen vorne auch noch was. Und dann darf geschossen werden. Ach nee, Kehling. Ja, ja. Ich weiß, ich hier mal so ein Pieps. Ja, da vorne. Böckchen. Blopp. Wie viel Schaden hat der Schaden jetzt noch? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Der hat noch sechs. Wer wird jetzt gefährlich? Ja. 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 Das ist sehr, sehr anstrengend. Ja. Ich hoffe, Sie können nicht fliegen. Also, Sie blocken sich selber jetzt. Mhm. Ja. 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 Ja, das müssen wir jetzt gucken. Ja. Das heißt, der Charged geht hoch. Ja. 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 Ja, ich weiß, der wird wahrscheinlich auch noch da. Vielleicht ziehen, aber... Ja. Ist ein bisschen weg, wie du so? Ja. Mein guter Freund. Ist es immer in meiner Nähe? Einverstanden? Ja, zwei Operator. Okay, okay. Okay. Magst du mir mal die vier Wände? Ja, ich weiß, dass du dann nicht mehr da bist. Ich schieße zuerst. So, soll ich ein Schild? Der hin geht rein. Der Schild weg und geht direkt rein. Nee, nee, nee. Ich schieße aber noch einen Schaden. Ich schieße aber noch einen Schaden. Okay, und ich nehme noch den Eberator. Ah ja, genau. Kann ich jetzt? Dann schieße ich mal zurück auf I. Das ist ein Würfel. Das ist ein Würfel. Man hält sich immer, wenn die nicht mehr bewegt. Das ist fest. Das ist jede Fassung. Okay. Ich habe einen Negier. Das heißt, ich kriege einen Schaden. Ja, das passt. Ich habe einen Schaden. Ich habe einen Schaden. Ja, man kann den ja auch da machen. So, bitte schön. Dann sagt es der Tag. Dann darf ich mal... Ach so, ja, ich darf es ja annehmen. Zwei. Ich habe auch den Würfel. Wunderschöne Shuttleschiezer. So. So. Wunderschöne Shuttleschiezer. Den weißen Bar. Und mehr... Katzer reinmachen. Ja, Katzer möchte er voller Freude reinmachen. Also die kann ich schießen. Habe ich gehört? Ach so, ja. Ja, ich halte ihn. Noch mal zwei Schaden weg. So, ich zuerst. Das wird so lange noch unschön. Und dann mein Rund hier. Das ist sehr in drei, glaube ich. Das ist eigentlich total schwierig, den zu drehen. Ja, da steht, er ist mit Bergwässer. Andreas dauert nur zwei Runden, er hat drei Runden. Ich habe alle Runden... weischt mit beiden ins Volkspartner? Wir schießen du mal nicht weiter. Ich bin ich mit demagern. 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 Wohne ich mit demagern. Das darf ich denagern. Ich bin ich mit demagern. Ich komme nicht mehr weg, also ich muss fokussieren. Also schieß mal. So, dann erst mal ihr L hier. Schiff fixen. Dann mache ich Predator. Ja. Nicht zuerst. Ausklicken. Okay, ich wähle trotzdem. Wie schön hast du noch eins? Hast du jetzt noch drei übrig, ne? Ja. Hast du noch drei Hülle übrig, oder nichts? Ja. Ich hätte jetzt... Wahrscheinlich Probe genommen, aber ich hätte Probe genommen. Neun, einfach drei. Jetzt weiß ich ja, jetzt sind ja noch drüber. So. Schattel. Und ich nehme den Imperator. Ein Kittichchen. Fähigkeit Blug. Blue Stabilizer. Wenn ich einen weißen Meneufer mache, kann ich keinen Stress machen. Mit der Aktion kann ich ihn wegmachen. Das ist schön, das geht auch. Eine Runde, ich gehe Fokus aus. Genau. Zu... Äh... Jetzt. Ja. Deine Taktik ist gut. Die verwirrt mich. Gut, dann darf Ruhe nicht schießen. Dann... Ja. 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 So, ich zuerst hier. So, okay für dich? Und du kannst das Schiff auch einfach da stehen lassen. Ja, das ist richtig, das kann ich auch. Aber du musst ja das Risiko eingehen, lass ich es nicht machen. Das Risiko besteht ja auch. Ja, das wäre es unglaublich, ne? Geht es mit dem Glitter? Nein, nein. Wenn ich den Bank noch nicht, ne? Ja, wenn ich den Blader, nehm ich zwei Schaden, dann krieg ich den Bank. Ist egal. Also ich kann zwei Wochen lang nicht regulieren. Ja, die beiden Liste gegeneinander ist, äh, da ist ein Fehler doch gefährlich. Schieß mal. Schieß mal, Schreiner 2. Schieß mal, Schreiner 2. Die Wälder-Listen, die macht ja gerade eine Anzahl. Die mögen uns da mal so, bei mal gar nicht. Ja. Schreiner 2. Schreiner 2. Schreiner 2. Schreiner 2. Schreiner 2. Schreiner 3. 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 Das wäre weg gewesen. Das ist schon geil. Ich kann nicht auf den Asti slappen. Nein, der Slappen ist eine Mahnung. Das ist kein Boost. Das heißt, ich kann auf den Asti stehen. Ja, aber ich krieg das nicht an. Das ist ein Manöver, kein Achto. Das Spiel nicht mehr. Vieler macht mehr. Wohlwarm. Wohlwarm. So. Fange ich mal an. Ja, genau. In zwei, denke ich mal. Ja, in zwei. Kammer, ja. Schon mal Kammer legen. So. Und jetzt drücken. Oh, da kommt ein Kripp durch. Ja, das wäre gut. Ja, das wäre gut. Genau. Einmal mit zwei. Ja, ja. Sehr gut. Nur noch Kripp für den Kollegen. Ein Ausreichend. Und kein Karpfett mehr. Aber jetzt schießt der Kollege auch einmal. Ja. 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 Ja.